Herzlich willkommen zu unserer neuen Taktik-Schule. Während ich mich bis jetzt vor allem mit dem Thema Strategie beschäftigt habe, möchte ich euch nun in die Schönheiten und in Geheimnisse der Taktik mitnehmen. Die Beurteilung der Stellung, Strategie und Taktik gehen dabei natürlich immer Hand in Hand. Taktische Schläge führt man zumeist aus guten Stellungen aus und dazu braucht man auch die positionellen Grundlagen. Allerdings muss man stets auf der Hut sein. Denn auch dann, wenn man besser steht, kann immer wieder eine gefährliche taktische Drohung lauern. Und so müssen wir hier auf der Hut sein. Das Material ist dabei folgendermaßen aufgebaut. Ich werde mit zwei sehr schönen Beispielen bringen, die die Fülle der taktischen Möglichkeiten in einer Partie kurz darstellen werden. Anschließend beschäftigen wir uns mit sechs Kapiteln zum Thema Materialgewinn. Und da habe ich euch mitgebracht. Doppelangriffe, Fesselungen, Ablenkungen, Abzugsmotive, Spieß und Beseitigung der Verteidiger. Nachdem ich euch zuerst einen allgemeinen Überblick über diese sechs Kapitel geben werde und jede dieser Themen in kurzer Form präsentieren und vorstellen werde, gehen wir anschließend sehr genau auf die jeweiligen Kapitel ein. Ich werde euch dann die wesentlichen Punkte eines jeden Kapitels vorstellen und anschließend habt ihr dann die Möglichkeit, das erworbene Wissen gleich auszuprobieren und die Übungen entsprechend zu lösen. Nun, im zweiten Taktik-Fritztrainer werden dann sieben weiterführende Kombinationen zum Materialgewinn vorgestellt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und lasst uns gleich mit zwei tollen Beispielen loslegen.